Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario und die Legende von Meontor. Beim letzten Mal haben wir begonnen, die Wälder hier zu erkunden und haben festgestellt, dass wir nicht in den großen Baum reinkommen und sind jetzt auf der Suche nach jemandem, der uns helfen kann. Namentlich die Dame, die hier wohnen soll, die Madame Erona. Madame Erona, sind Sie zu Hause? Hm, schauen wir mal. Ist sie zu Hause? Es kommt hier mal Ausrufezeichen aus der Wand. Oh, verschwindet. Niemand betritt diesen Raum. Hm? Madame Erona, sind Sie da drin? Hm? Moment mal, das hört sich ja an wie... Ach, das ist doch um Bubulio, oder? Oh, schön, dass du wieder da bist. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ähm, also, da wäre tatsächlich etwas, wobei sie uns helfen könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum hinein, der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meinen Freunden, und Mario findet sein Sternjuwel nicht. Vielleicht solltest du ihr mal erklären, dass du dann deine Freunde nicht retten kannst, und nicht einfach nur, dass du nicht zu ihnen kannst. Das ist vielleicht wichtiger. Na, ob sie uns wohl helfen könnten, den Geheimeingang zu finden? Hm, tatsächlich. Deshalb seid ihr extra hierher gekommen. Oh, ich würde euch ja wirklich gern helfen, mein Kleiner. Aber, wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich dieses Zimmer verlassen. Boah, was eine Drama-Queen. Das scheint ja ein ganz schön, kostbares Stück zu sein. Äh, ein Collier? Also, irgendwo war doch gerade die Rede von deinem Collier, oder? Oh, wisst ihr wirklich etwas mal über mein Collier? Ich flehe euch an, sucht es für mich und bringt es mir zurück. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, euch zu helfen. Hm, hörtz. Keine Sorge, Madame Irona, Mario macht das mit links. Oder, Mario? Ähm, naja, okay. Hm, hm. Na also, dann lass uns sofort losgehen, das Collier suchen. Oh, danke. Es gibt also doch noch galante Männer. Hörtz. Ja. Irgendwie bin ich froh, dass ich Gumbrina dabei nicht draußen hatte. Ich bin mir sicher, die erste nichts Intelligentes dazu beigetragen. Okay, wir haben in der Tat was von meinem Collier gehört, nämlich genau bei den dreien da. Na, das kann doch nicht wahr sein, Brunnhilda. Erst beschuldigst du mich, und dann hast du die Zeichnung doch selbst. Ach, sei doch still. Und mach nicht aus jeder Mücken einen Elefanten. Schauen wir uns lieber die Zeichnung an. Äh, ich glaube. Oh mein Gott, es war das echt der schnauzbärsige Kerl, der vorhin vorbeigelaufen ist. Wer hätte es das gedacht? Ach, verdammt. Das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Äh, aber das wollte ich doch. Das ist doch... Na, jedenfalls Barbara, das ist alles deine Schuld. Und dafür sollst du doch büßen. Ja, wie bitte? Du hast doch... Hm, schweig! Keine Widerrede mehr. Du, du bist... Hm, eigentlich wollte ich dir das Collier ja zurückgeben. Aber so nicht. Oh, arme Barbara. Na, und jetzt lass dich gefährlichst was einfallen, wie wir diesen Mario finden. Äh, also... Ja. Ne? Gut, dass Mario sich gleich von selber findet, denn sie haben etwas, was wir haben wollen. Und entsprechend müssen wir sie finden. Und deshalb... Na, kommen wir sowieso nochmal vorbei. Oh, jetzt müssen wir uns erstmal wieder hier durchquetschen. Irgendwie. Mario, bitte. Kannst du... Danke. Puh, schwer. Schwer da durchzukommen. Äh, dann hab ich hier gerade schon wieder so eine komische Wolke gesehen. Hm. Das hat nur so halb funktioniert. Ding ist... Seitlich auf mich zugekommen, als ich gedacht hab. Ist das jetzt ein Kupio oder ein Sprungangriff? Ein Sprungangriff. Okay. Ein Kupioangriff wäre mir lieber gewesen. Aber das würden wir machen, ne? Oh, leider, da der eine in der Luft geblieben ist, können wir diesen Kampf nicht sofort beenden. Ah, wunderbar verteidigt. Und dann... Können wir nochmal brav auf den drauf hüpfen. Kriegen nochmal cool dafür und dann ist dieser Kampf erfolgreich beendet. Schaffen wir es auf dem Weg zu den drei Damen noch 15 Sternenpunkte zu sammeln? Das ist die wahre Frage hier. Dieser erste Angriff war auf jeden Fall schon mal erfolgreich. Äh, dann... Joa, springen wir weiter auf Feinde. Da sind so viele Feinde wieder in der Luft geblieben. Aber dann kommen wir schon irgendwie klar. Autsch. Das war ein bisschen spät. Und gehst du ein bisschen nach unten? Natürlich nicht. Hm. Dann kann ich gegen den jetzt nichts machen. Es sei denn, ich hätte noch eine Feuerblume. Ich hab noch eine Feuerblume. Hab ich sonst noch eine große Verwendung für die Feuerblume? Ich glaub nicht. Die meisten Feinde ab hier haben sowieso mehr als drei HP. Da können wir uns mal... ... einen Platz in unserem, äh... ...Inventar freiarbeiten. Und erledigen stattdessen alle Feinde in einem Zug. Oh, fehlen noch acht. Und wir haben auf jeden Fall noch dieses eine komische, äh... ...Viererpack... ...von... ...Pirannia-Pflanzen vor uns. Oh, der hatte plötzlich aber einen riesen Aufmerksamkeitsradius. Beim letzten Mal hat er uns nicht so früh bemerkt. Ja, glücklicherweise... ...haben wir jemanden... ...upgradet, der tatsächlich Kirks Schaden machen kann, ohne dass wir die ganze Zeit BP benutzen müssen. War der Hauptgrund, warum ich Coopio zuerst abgegradet hab. Natürlich kann Gumbrina nicht auf die Kirks springen. Und selbst wenn sie es in ihrer abgegradeten Version könnte, können sie denen immer noch keinen Schaden machen. Natürlich haben wir immer noch die komischen... ...fliegenden Feinde... ...gegen die wir nichts tun können, trotz allem. Au, wow, da hat das Verteidigen nicht mehr geholfen. Ist frech. Da kommen schon Blitzattacken. Na, da sind wir fast bei dem Level Up. Fehlen noch drei. Und wir hatten auf jeden Fall noch... ...Encounter vor uns. Und da kriegen wir unser nächstes Würfelglück. Das ist gleich ein Münzbonus jetzt, ne? Das ist ein Münzbonus. Zaufer mit Münzen, in der Tat. Ein kleiner Münzbonus für uns. Das sind schon mal 123 Münzen. Ist nicht so schlecht. Münzen werden wir noch brauchen, also... Ist ja schon in Ordnung. Äh, wir könnten immer noch diesen... Äh... ...Hotelgutschein mitnehmen. Wenn einem das Wort für einen Moment entfällt. Vorher sagen, wozu darf ich sie... ...Pirannia-Pflanze hin? Sie war irgendwie plötzlich im Nirgendwo. Und das ist nicht der Encounter, mit dem ich gerechnet habe. Äh... Und schauen mal, dass wir den... ...beiden da zumindest Schaden machen. Und dann... Wir kriegen jetzt sowieso das Level ab durch diesen Kampf. Können wir uns um den BP auch raushauen. So. Haut den auch noch kaputt. Meine Güte, das kann nicht nerviger werden, ne? Wo wir das Verteidigen gegen die Blitze nix bringt. Dann können wir auch genauso gut, äh... ...ne Show-Einlage einlegen. Aber warum nicht? Oh, und dann... ...können wir mit dem Verteidigen da durch. Dann ist es auch okay. Wunderbar. Und dann kriegen wir jetzt unser Level ab. Das wollte ich ja noch dringend. Tadaa. Acht Sternpunkte. Tadaa. Level up. Wuhu. Und in letzter Zeit, äh... ...brauchen wir irgendwie häufiger mal unsere BP. Von daher sollten wir unsere BP mal wieder raufsetzen. So, wir haben unsere ganzen Attacken, die mehrere Feinde treffen sollen. Und so ist es mal wieder ganz relevant. Äh... Den Kirk lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe. Die Piranha-Pflanze in der Möglichkeit auch. Einfach nur, weil ich jetzt ganz gerne... ...zu dem offensichtlichen Bosskampf gehen möchte. Er ist so unauffällig. Na, das ist doch... Na, wir zeichnen uns einen so intelligent aus mit seinem Schnauzer. Und dann... ...läuft uns dieser arme Trottel direkt in die Arme. Äh... Ihr da. Ihr hattet doch vorhin nicht... ...kolliert... Äh... Wie bitte? Äh... Wie ist der Wehm über die Arme gelaufen? Was sagt ihr da? Nihihihihi. Ich habe nichts gegen euch persönlich. Da versteht ihr nichts falsch. Aber dass ihr hinter den Sternen-Gewelen her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Daher muss ich euch leider aus dem Weg räumen und mir diese Karte schnappen. Äh... Wie kommt es, dass ihr über die Karte und die Sternen-Gewelen Bescheid wisst? Äh... Ihr werdet doch nicht etwa die Prinzessin... Na, wer seid ihr überhaupt? Nihihihihi. Nun, wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt... Na, man kennt uns als... Schatten... Ladies. Äh... Schatten-Ladies? Barbara! Du dummes Schick! Na, was schwafelst du da? Schatten-Trio! Trio! Ladies? Ach, lächerlich! Ladies, das sind wir... Aber du bist nur eine blöde Nuss! Oh... Oh... Verzeih mir, Brunhilda. Was ist mir so rausgerutscht? Hm... Rausgerutscht noch nicht! Dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung! Oh... Brunhilda! Ach, die Arme! Aber zuerst, wirst wir diesen Mario erledigen! Also, na auf ihn! Roberta! Barbara! An diesem Tag! Und die Begegnung mit den Schatten-Trio soll er sich noch lange denken! Na gut! Ja! Ja, und damit, äh... Sind wir jetzt plötzlich hier! Hm, Pech für dich! Uns als Gegner zu haben! Roberta, Barbara, zeigen wir ihm, was in der Hake ist! Hm, bin bereit! Verstanden, Brunhilda! Na, fluchten sind überhaupt nicht möglich! Ja, ne? Ähm... Dann hauen wir erst mal ein bisschen Schaden raus, würde ich sagen! Und dann können wir danach immer noch... ...zu Gumbrina wechseln! Oh, besonders cool sind wir heute auch! Und dann... ...wollen wir in der nächsten Runde mal anfangen... ...leute zu scannen! Ah, das haben wir schon mal gut verteidigt! Ah, das haben wir nicht so gut verteidigt! Der kam so stark verzögert, der Angriff! Der auch! Na gut, das hat auch nur einen Schaden gemacht, dann geht's ja noch! Äh, dann fangen wir mal an, äh... ...mit ihr, weil sie die Anführerin ist! Hm, das ist Brunhilda! Sie ist die Älteste im geflüchteten Schattentrio! Macht der P9, Angriffskraft 1, Verteidigung 0! Eißattacken haben Stärke 2! Ihr Zauber vergrößert unsere Gegner oder lässt uns selbst schrumpfen! Ich finde besonders ihr verschlagenes Lachen abstoßend! Ja, mit so einer möchte ich wirklich nichts zu tun haben! Ja, okay, äh, sie sieht von denen allen irgendwie am zerbrechlichsten aus... ...und da gehen wir mal davon aus, dass 6 HP das unterste ist, was die hier haben! Also, sollten wir hier nachher immer noch die Gelegenheit haben, die anderen zu scannen! Aber versuchen wir mal, mit dem B ein bisschen Schaden zu machen! Okay, zweite Runde voll! Na, und dann die dritte nicht mehr! Das ist mit dem... Ich muss es echt nicht drücken, bevor... ...der Balken in dem Kreis ankommt! Von daher ist es ein bisschen komisch aktuell! Ach, Autsch! Du bist ja stärker, als du aussiehst! Aber jetzt machen wir ernst! Barbara! Gib dir gefälligst etwas mehr Mühe, du Versagerin! Hm, verzeih mir, Brunnhilda! Au! Aha! Ich bin erfolgreich ausgewichen! Na, das haben wir gut verteidigt! Ja, ja, Vorsicht und so, wissen wir doch! Ähm, dann fangen wir als nächstes mal mit, äh... Machen wir mit Barbara weiter! Hm, das ist Barbara! Sie ist das jüngste Mitglied des Schattentrios! Macher P10, Angstkraft 1, Beteiligung 0! Sonst keine Besonderheiten! Aber Hüschel ist ja schon, oder? Äh, findest du eigentlich, dass sie hübscher ist als ich? Gumbrina, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht wichtig! Nö, weißt du, Mario, für Frauen ist so etwas sehr wichtig! Ja, okay! Wenn du das sagst, oh, die Sternenkraft hätte ich tatsächlich gut gebrauchen können! Äh, in dem Fall... Ich brauche einfach mal Barbara aus dem Weg! Sorry, Barbara, aber du stehst so am weitesten vorne! Na, Brunnhilda, vergib mir! Äh, das ist ein Problem! Ah, okay! Sagen sie nur, schrumpft ist alles gut! Äh, ja, dann scannen wir nochmal schnell die Route Roberta und dann sollen wir, äh, Gumbrina dringend austauschen, bevor es drauf geht und unseren Lebenspilz verbraucht! Das ist Roberta! Sie geht zum Schattentrio und ist Brunnhildas Schwester! Macher P12, Angstkraft 2, Beteiligung 0! Sie kann sich aufpumpen! Sie ist die Stärkste im Trio! Vielleicht solltest du sie als Erste fertig machen! Das, die Info kommt ein bisschen spät! Abgesehen davon hat sie entscheidend keinen weiteren Besonderheiten! Ja! Ne, und dann holen wir jemanden mit HP wieder raus! Autsch! Auf der Riese Angriffskraft wäre toll! Äh, da können wir immer noch einen Schaden machen! Oder auch nicht! Boah! Da muss uns das ordentlich gedieptwacht haben! In dem Fall! Boah, holen wir mal Erdbeben raus! Block! Haben wir! Aha! Die jetzt schon mal gut verriegert von HPR! Na, Roberta, gib sie ihnen! Ja! Die Blizzersacke kommt echt ziemlich aus dem Nichts! Und das haben wir ja allerdings besser verteidigt! Äh, kannst du damit zumindest irgendwie Schaden machen? Ich hoffe es einfach mal! Kann er, ja! Wunderbar! Gut, Kupio! Äh, jetzt seid ihr an der Reihe! So, und dann solltet ihr der normale Hammer reichen! Ja, kriegen wir nochmal ein bisschen Konfetti für unseren Sieg! Oh nein! Wunderbar! Und dann geben wir ganze 30 Sternenpunkte dafür! Ja, wie es sich für Bosskämpfer auch so gehört, ne? Ordentlich Sternenpunkte geben! Hm, wir haben nicht wohl doch etwas unterschätzt! Und was euch angeht! Roberta, Barbara! Wir hätten ihn geschlagen, wenn ihr beiden Blindgänger euch angestreckt hättet! Na, mach's hier auf die zu zünftige Abreihung gefasst! Alle beide! Ja, und da gehen sie! Und Mario ist extrem wütend! Und solange ich mich nicht bewege, bleib ich auch in dieser wütenden Pose! Aha, ein Collier erhalten! Die Lieblings-Halskette von Erona! Oh, Eronas Collier! Wir sollten uns hier sofort zurückbringen! Ja, sollten wir! Ne, Eile mit Weile sagt man ja normalerweise, aber in der Tat, das sollten wir sofort zurückbringen! Zack, erfolgreich drei Schaden gegen den! Natürlich sollten wir auf dem Weg trotzdem ein bisschen was zumindest noch erledigen! Was uns eben so über die Füße läuft! Aha, wunderbar! Wir kriegen wieder erhöhte Verteidigung! Durch unser kleines Würfel-Gelück! Ja, jetzt habe ich reduziert Schaden! Na, da habe ich versucht zu kontern, um den Kampf vielleicht etwas eher zu beenden! Oh, dank erhöhter Verteidigung habe ich ja trotzdem keinen Schaden genommen! Von daher war es das Risiko, äh... Wert? Ich meine, es war ein Null-Risiko, von daher kann man nicht wirklich sagen, es war das Risiko-Wert! Ihr wisst, was ich meine! Oh, noch ein paar Münzen! Der Hauptgrund für Kämpfe! Oh, dann haben wir da noch ein Kirch! Ne, wo wir eben aufscheuchen können! Oh, und dann schauen wir mal, wie viel Schaden das Erdbeben eigentlich an den Kirch macht! Zack, zwei! Genau das, was man haben will! Und dann können wir den Kampf so beenden! Wunderbar, kriegen wir nochmal fünf! Fünf! Fünf wunderbare Sternpunkte! Ja, schon wieder bei einem halben Level! So kommt das, wenn man Bosskämpfer hat! Äh, ein paar HP dabei! Und dann können wir uns jetzt Richtung, äh, Madame Aeronas Haus zurück machen, wo wir auch nochmal direkt einen Heilblock vor der Tür haben, sodass wir unsere BP und unsere KP wieder zurückbekommen. Na, den ignorieren wir mal! Gefließentlich! Darf man auch mal tun! So, ich mein, das war schon relativ knapp, der Flug, aber auch nicht zu knapp. So schwer ist es zum Glück nicht, mit den, äh, dem Papierflieger rumzufliegen. Zack, dann halten wir uns hier nochmal voll. Brauchten wir irgendwie so ein bisschen, gerade was unsere Blütenpunkte anging. Und dann schaffen wir es ja vielleicht dieses Mal, äh, Ohne zweimal ins Loch zu fallen, zu dem Haus rüberzulaufen. Die Möglichkeit ist gegeben. Aha! Extra vorher angehalten, um sich hier zu gehen. So. Und dann können wir Madame Aeronau mal ihr Collier zurückgeben. Äh, ja, hier, dieses Item möchte ich auswählen. Oh, ihr habt mein Collier wirklich gefunden? Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Herz. Aber, es ist mir zu peinlich, euch ohne dieses Collier unter die Augen zu treten. Bitte legt das Collier vor die Tür und wartet einen Moment. Hm, okay. Offensichtlich ist sie uns so nicht unter die Augen getreten, obwohl sie die Tür geöffnet hat. Oh, da bist du ja wieder. Mein teuerstes, schönstes, liebstes Collier. Note. Okay. Plötzlich kriegen wir Pinkus Disco Light. Das Design ist jedes Mal umwerfend. Die beiden gehen doch schon einen Schritt zurück. Das ist auch aus gutem Grund, glaube ich. Oh, und du musst Mario sein, der Retter meines Colliers. Ach, was für ein verwegener Held. Herz. Ja. Oh, wie kann ich dir nur jemals danken. Herz. Oh, lass mich dich in die Arme schließen. Herz. Und dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Herz. Ja, wie gesagt, umwerfen. Oh, er geniert sich. Wie süß. Herz. Aber du sagst es etwas von Sternjuwelen, nach denen du suchst, Mario. Oh, sind es immer die gleichen, von denen in der Rohlinger Legende die Rede ist? Ach, nach schönen Juwelen zu suchen, wie verlockendes Abenteuer. Oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Warum hast du das bis jetzt dann nie getan? Nach denen zu suchen, wenn du die Legende kennst. Naja, wie auch immer. Und nicht zuletzt, dieser betörende Schnauzer hat mir völlig den Kopf verdreht. Ich bitte dich, Mario. Herz. Nimm mich mit auf dein Abenteuer. Äh, Mario ist anscheinend etwas überrascht. Und ja, Erona gehört zum Team. Nicht, dass wir eine Wahl bekämen. Erona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie lässt ihre Winde wehen. Soll das verschiedene Dinge wegfliegen. Ja, treffen ihre Winde Gegner, so kann diesen für kurze Zeit schwindelig werden. Die Windkraft hält an, solange du den Kopf gedrückt hältst. Die Animation ist aber auch Nintendo. Also wirklich. Ne, sieht schön aus. Im Kampf kann sie sich mit dem Bodyslam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurrikan oder Hurrikan, weil es nicht geschrieben wie Hurrikan. Ich werde jetzt trotzdem Hurrikan aussprechen. Und mit dem Hurrikan fegt sie alle Gegner vom Platz. Yay. Feinde aus dem Kampf entfernen und dafür keine Erfahrungspunkte kriegen. Wie hilfreich. Ja, und damit haben wir ein neues Teammitglied. Mit dem wir jetzt Wind verursachen können. Aber vor allem können wir jetzt auch in ihr Zimmer gehen. Oder auch nicht. Muss ich dafür echt nochmal das Haus verlassen? Ich möchte nämlich in das Zimmer gehen. Ich habe da in einer Zwischensequenz mal eine Schatztruhe gesehen in dem Raum. Lass mich in den Raum. Ansonsten muss ich nach dem Kapitel nochmal zurückkommen. Da habe ich auch keine Lust zu. Ich meine, ich muss nach dem Kapitel sowieso nochmal zurückkommen. Aber jetzt sind wir einmal hier. Da muss ich nicht doppelt quasi zurückkommen. Na, da kriegen wir nämlich den Superstar P-Orden. Mit mehr Sternenergie nach Schoentlagen eines Partners. Ja, ich meine, das ist kein sinnvoller Orden. Aber es ist ein Orden, den wir jetzt haben können oder nicht haben können. Also wollte ich ihn haben. Punkt. Aber dann würde ich sagen, jetzt da wir einen Bosskampf erledigt haben und Madame Erona an unser Team mit dabei bekommen haben und jetzt heiße Luft um gar nichts machen können. Machen wir erstmal nochmal eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit unserem neuen Partymitglied zusammen zum großen Baum zurückkehren und dann mal in den großen Baum reingehen werden. Bis dahin. Aloha.